Musik Tja, scheiße gelaufen. Äh, wo bist'n du? Oi! Ich campe? Ey süßer, wo bist'n du? Konstruktiv am rumcampen Na vor mir wagen, wenn die beste Binde Im Haus und ich die Black Ops Was? Ich kann nicht singen, Alter, doch, ich kann singen Ich kann richtig gut singen, ich würde ne Einsen Nein! Ja, ich gewinne ja nie, meintest du ja? Jaja, deswegen lass' ich dich ab und zu mal gewinnen Natürlich Ich hab' dir einfach nur aufs Maul gegeben, gib doch zu Aber ich hab' neun Punkte bekommen Das heißt, ich müsste dich theoretisch dann vorher noch viermal getroffen haben grade Kann doch durchaus sein Also, es war knapp grade Das ist ein bisschen schwer nachzuschauen, weil der Chat so schnell vorbeigeht, weißt du? Weil du kannst eigentlich sehen, wie oft du getroffen wurdest und so Aber... Ja, ne, du wurdest... ne Du wurdest getroffen Ne, ich hab' dich nur noch einmal getroffen danach Das ist interessant Was bist du denn? Die Map ist irgendwie zu groß für zwei Leute, oder? Toll, man kann hier runter? Man kann unter die Map Ja Weißt du, weißt du was passiert übrigens, wenn deine Internet-Connection im Arsch ist? Dann fliehst du durch die Map Also, unter die Map Ganz unter die Map Aber es ist irgendwie... Kommst ins End oder so Das ist voll die krasse Camper Station hier Das ist voll die krasse Camper Station hier Voll Jetzt komm ich nicht wieder hoch, scheiße Du komm ich nicht wieder hoch Du musst sterben Du musst sterben Ich komm nicht wieder hoch Ich komm nicht wieder hoch Ich komm nicht wieder hoch Du müsstest mal hier runterkommen Nein, du bist du Dann tragen wir das so unten, wie... Ich weiß nicht, wo du bist Wenn du von Main Spawn aus gerade ausläufst Ich weiß nicht... Weil ich auch weiß nicht, wo du gespawnt bist Na, am gegenüberliegenden Ende der Map Ich stehe hier gerade oben auf Ja, aber ich weiß nicht, wo ich gespawnt bin Nein, äh, wo konnte man... Wo kann man denn da runter? Hier, siehst du die Schneebälle? Ich gebe mit Schneebellsignale Äh, nö Am Rand, glaube ich... Aber... Ich habe ein Kreuz gefunden Ja, genau da, genau da Ich lau von Kreuz aus zum Rand Und dann muss da am Rand ein Loch nach unten sein Also unten, äh... Genau, genau da Okay, los Komm runter, ich greif dich erst an, wenn du hinten bist Na, super Komm, 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 komm! Nein! Ey, warum kommst du aber nicht wieder nach hoch? Der ist von der Leiter Ja, ne, den kriegst du nicht hin, den habe ich auch gerade probiert Also ich bin oben Seh ich nicht so Hahaha Hahaha Haha Was wissen... Na, was für jeden... hä? RIP Exodus LP, den kenne ich Ja, ich... ich wusste gar eigentlich gar nicht, dass das Feuer... Hier ist der Trouble 12 Den kenne ich auch noch, glaube ich Ja, Trouble 12, auch noch... Exodus gibt glaube ich nicht mehr Ich will mir gerade die Grabstelle mal angucken Ich will mir gerade die Grabstelle mal angucken Ja, ich bin unten Ja, ich bin unten Echt? Ja Aber woanders unten Das ist wenn du Am Mainz vorn irgendwie bist Ja Da kann man auch unter Ich komme Und 30 Sekunden noch Nimm meine Helden rein, mich selbst zu... 20, oh mein Gott Aber jetzt ist ein bisschen doof gelöst, dass... Jetzt haben wir ein bisschen doof gelöst, dass man hier nicht wieder rauskommt, ne? Ich find dich nicht! Aaaaah Hehehe Ich komme jetzt noch unentschieden, aber zumindest nicht verloren Abgegebene Schüsse, Treffer 10 Ein Punkt und null Geld Schüsse 1.604 Ich hätte aber gern null Geld und einen Punkt Deine Punkte und dein Geld Dein Bargeld Das sind 80€ Dafür kann ich mir die Waren vorverkaufen Willst du die auch Advance Wurfer kaufen? Hm Was? Willst du die auch Advance Wurfer? Nö, ich glaub nicht Ich soll's mir für Playstation oder so mir gesagt Ehm Weil auf PC soll die Performance nicht so geil sein Ach, jetzt weiß ich warum du den Manches nicht kaufen kannst Warum? Das steht im Chat Manche hast du die bestimmten Ränge, ne? Und du kannst dir manche Dinge erst ab einem neuen Rang kaufen Ah Ok Der Orbital Der Orbital Strike zum Beispiel ist erst ab Leuten dann zugänglich Naja, ok ist ja irgendwo auch logisch, sonst kann das ja jeder ich beliebige suchen Ja Das würde sich das Leben gar nicht lohnen Boah wo 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 За Du hinterhältiges Stück Schokolade Das ist ein Tarki. Ich bin doch voll schlecht. Aber langsam gewöhne ich mich wieder dran, ne? Schlecht zu sein, oder? Ja. Warum bist du das? Nein, ähm... Du meintest doch zu mir, dass meine Stimme irgendwie männlicher geworden wäre. Wie meinst du das? Oh, ja. Nein, wie meinst du das? Du war doch schon immer männlich. Nein, stopp, 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 stopp. Mist! Okay, ich mag die Map nicht. Das liegt nur an der Map. Ich muss erstmal die Playlists wechseln gerade. Execute-Playlist, alle wiedergeben. Alle direkt, 1,6, sind die in der Husten. – Ab 1,000 Punkten kann ich das achten. Alter. Was bin ich denn? und die macht mit dem rang ist es automatisch wenn du musst punkte verdienen ich gucke mal die sniper sniper geht erst mit kolonel alter kolonel hat 25.000 punkte ja ich habe ja ich habe ja punkte ich habe 168 punkte und abonaket ist die koppel bis zu den automatischen koppel oder muss man das irgendwas machen ich habe schon wieder so kack internet auf dieser map ok freundchen warte mal ganz kurz ich kann den laden nicht öffnen ich kann den laden gerade nicht öffnen ich habe jetzt kann ich den laden öffnen ich bin mir nichts runtergefallen weil ich wurde wieder hochgeportet was ist mein internet los das war ganz schön gemeint von dir ich habe extra auf dich gewartet werden dass wir nichts sagen können geh wieder los hab ich gewonnen ja ich musste gerade erst mal testen irgendwie ob das internet überhaupt wieder gehe ich habe grüne verbindung und trotzdem kann ich nicht immer mehr das internet mit einer Welle aus Bällen so testest du internet ja mal gucken ob die Bälle eigentlich rechtzeitig losfliegen ja bei mir manchmal so wenn ich werfe dann kommt die der wirft dir keine Bälle ich bin aber gar nicht so schlecht oder ja ja wollen wir danach noch was bauen oder jetzt habe ich wieder rotes internet so wo machen wir da brauche ich wenigstens kein gutes internet nee hm 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 교체 hm hm Nein! Bist du tot? Ja. Boah! Was für den Arsch! Ich hab noch 2 Leben! Ja, ich hab auch grad Internet. Du könntest eventuell noch gewinnen. Nein! Das kann nicht sein! Warte? Und ich hab rotet Internet, Digga. Ich hab dich 2 Mal getroffen! Nein! Insgesamt? Ja, nachdem... Nachdem du gelebt hast doch. Also 7 Mal insgesamt. Stirb! Okay, stirb! Ich bin die ganze Zeit immer wieder zurückgesetzt. Die ist ja wirklich grad keine Bälle. Von mir. Ja... Aber was willst du denn da machen bei Gr... Bei, sch... Schmeich, ich bin der net, ey. ich glaube du wieder bauen du musst herrschliebe musst lächelig machen dann nochmal und dann auch mal jetzt muss ich dich zu unserem sporten zu einem sporten führen und dann musst du wieder ans punkt setzen was nbe oder ndr bist du schon bei mir gewesen war das nbe oder ndr ja stimmt wo ist denn das grundstück äh 700 m entfernt ist unser altes grundstück eigentlich noch existent nee alles weg ich hatte nämlich zwei drei häuser ich hab ja drei grundstücke ich hab noch viel mehr ich hab wenigstens mein vip zurückbekommen geht das eigentlich geht das eigentlich wie war das noch mal das funktioniert doch so dass du wenn du jetzt holz sammelt und sowas du kannst das verkaufen oder fixe geld das ist so geblieben oder äh ja ja es ist so geblieben aber es gibt keinen wald mehr und es gibt also doch wald gibt es auch es gibt keine steine fahren mehr aber du kannst du dich das ist ein bisschen doof geregelt momentan ich weiß auch nicht weil ich davon halten so ich hab's gestern drei stunden gemacht ich kann es auch nicht im display machen einige werden gleich sehen dass ich ein bisschen was vorgearbeitet habe das kann ich nicht im display machen das macht absolut keinen spaß du stehst ja in dieser dummen grube und tust da einfach nur schaufeln die ganze zeit ohne unterbrechung das macht überhaupt keinen spaß ich stand gestern glaube ich drei stunden und ich kann mir nicht mal eine spitzhacker von dem was ich gefunden habe bauen also ne ich frage jetzt nur wegen weil ich will ja wieder aktiv auf magic mein spiel und warum renne ich endlich so lange so hast du noch essen warum brauchst du was warum brauchst du was nein ich hab dir gerade gefragt du vielleicht äh nicht mehr wenn du nur fünf essen hast oder weniger dann spielst du ja langsamer ok das muss man auch erstmal wissen musst du nicht? ne ne ne